Hallo Leute! Willkommen zu einem kleinen, kurzen, knackigen Infovideo. Nebenher eine Runde Supercarus und Wender 4. Ja, ich will es diesmal kurz und knackig halten. Nicht so... Ja, ewig lang wie beim letzten Mal. Und zwar geht es kurz um... Um... Ja. Die ewige Internet-Geschichte bei mir. Und zwar ist die Sache so... Ich habe jetzt schon eigentlich eine ganze Woche lang das neue Internet. Und es ist wirklich ein Traum. Sachen, die... also große Dateien, die vorher ihre... ja... 3, 4 Stunden zum Hochladen gebraucht haben, sind jetzt eine Stunde oben. Es ist wirklich cool. Allerdings kam dann gleich der nächst Dämpfer hinterher, denn... Spätschicht... Heißt, ich war von... Ich war ja die letzte Woche von Mittag bis... äh... ... fast Mitternacht außer Haus. Und dementsprechend hatte ich auch kaum Zeit, Videos zu rendern und so. Ich hatte Aufnahmen, klar, aber... ja... ... eben keine Zeit, sie zu... ... bearbeiten, dass ich sie hochladen kann. Und dementsprechend kam auch wenig. Ja. Tut mir leid, aber... ... ich gelobe Besserung. Nächste Woche habe ich jedenfalls wieder Frühschicht. Und die Wochen darauf. Ja, sein E-Weihnachten... ... sieht auch gut aus. Mit der Schicht. Ja, an dieser Stelle mal schöne Grüße an den lieben Spyro, der, wie ich mitbekommen habe, ja... ... ähnliche Probleme hat. Mit Schichtarbeit und so. Na ja, gehört dazu. Ähm, ja. Das wäre es eigentlich auch schon, was ich sagen wollte. Ja, ich werde gucken, dass ich das Wochenende fleißig rendern kann. Wobei... ... auch da wieder ein paar private Sachen sich dazwischen mogeln. Hier muss ich mich ducken, okay. Ja, das bedeutet Sachen von wegen Familienbesuch, Nichte will übernachten, bla. Und ich bin mal wieder total unkonzentriert. Ist ja mal logisch. Oh, hier unten noch was? Nö, gut. Ja, gut. In der Hinsicht... ... hab ich alles gesagt. Ich werde jetzt auch mal das Video beenden. Ach, Besuch dürfte auch jeden Moment klingeln. Also, schnell rendern. Äh, irgendwie keine Lust, aber kannst du schlecht Nein sagen. Ah, ich weiß nicht, ob heute noch was kommt, Leute. Wartet's ab. Auf jeden Fall, schönes Wochenend. Und... ... goodbye.